Hallo liebe Fans, herzlich willkommen zum Media Day. Im Hintergrund sind meine Buddies. Hey Jungs, schaut mal her. Guck, guck. Ich bin nett durch, damit nicht alles so kalt ist. Servatikrab Thailand. Was heißt das dann? Was habe ich da gerade gesagt? Habe ich jemanden beleidigt? Hallo Thailand. So, wer von euch beiden kocht dann den besseren Kaffee? Ich sehe eins, ne? Ja, gut, ich kann auch. Wir haben auch einen Vollautomaten. Das macht noch gut aus. Marien Platz. Marien Platz. Alias Arena. Anis. Alias Arena. Anis Anis. Und die erste? Alias Arena. Anis Anis. Schönen Gruß an alle Fussballfans! und auch, klar, Bayern München-Fans.